Wollen wir anfangen? Ein bisschen aufbauen? Jo, fangen wir an! Wir machen jetzt schon seit sechs Jahren fast Kleidung aus Holz und in dieser Zeit haben wir eine ganze Menge gelernt. Das hat jetzt nicht nur mit der Kleidung direkt zu tun, also die Fertigungsprozesse von Kleidung, wie man nachhaltige Kleidung fertigt, sondern hat auch mit Wäldern und Klimawandel zu tun. Und genau dieses Wissen würden wir ganz gerne an dich weitergeben. Nachhaltigkeit hat wahnsinnig viel mit Wertschätzung zu tun. Und um den Wert beispielsweise von nachhaltiger Kleidung schätzen zu können, sollte man natürlich auch wissen, wie sie entsteht. Genauso ist es für uns wichtig zu wissen, wie Aufforstung funktioniert, um damit eben den Klimawandel zu bekämpfen. Und genau dieses Wissen möchten wir gerne komprimiert in einem neuen Format teilen. Damit das auch alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, haben wir uns ein bisschen Equipment besorgt und wollen mal schauen, ob es nachher genau so aussieht, wie es in unseren Köpfen drin war. Der erste Clip ist im Kasten und wird jetzt geschnitten. Und wenn alles funktioniert, dann hoffen wir, dass wir die Möglichkeit haben, dich demnächst wöchentlich mit einer Minute Wissen zu versorgen. Also, alles Gute und bis bald. Ciao!